Bei diesem Auftrag werden wichtige Spielelemente markiert. Regel Nummer 1. Töten Sie diskret und lassen Sie sich nicht erwischen. Sehen wir uns jetzt die Oberfläche an. Der blaue Balken links unten zeigt Ihre Gesundheit an. Daneben sehen Sie Ihr Radar. Benutzen Sie es, um Gegner, Ziele und Ausgänge im Auge zu behalten. In der unteren rechten Ecke sehen Sie, welche Waffe Sie ausgewählt haben und ob sie zu sehen ist. Der gelbe Balken neben der Waffe zeigt den verfügbaren Instinkt an. Ist der Balken leer, töten Sie keine Instinktfähigkeiten. Um diese Einführung optimal zu nutzen, bleiben Sie unerkannt und töten Sie möglichst diskret. Sauberer Kill. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Herumliegende Leichen alarmieren Ihre Feinde. Gehen Sie in Deckung, um nicht getroffen zu werden. Oder verstecken Sie sich. Gehen Sie in Deckung, um nicht zu werden. Wenn Sie laufen, können Sie die harten Position wechseln. Die Situation ist bereinigt. Sie sollten aufräumen, bevor Sie weitermachen. Benutzen Sie Ihren Instinkt oder das Radar, um den Ausgang zu finden. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um die Bewegungen des Feindes vorherzulegen. Es wird nicht mehr raus, um die Gewächsherrungen zu finden. Sauberer Kill. Um unbemerkt in das Gewächshaus zu kommen, brauchen Sie eine Verkleidung. Gehen Sie in Deckung, um nicht getroffen zu werden. Oder rücken Sie sich. Sie sind jetzt im Nahkampf. Erledigen Sie Ihren Gegner. Hilfe! Hilfe! Höhe! Der Garten liegt hinter mir. Betrete jetzt das Anwesen, nähere mich dem Ziel. Gut, dringen Sie in das Anwesen ein und töten Sie Diana Burnwood und Victoria. Dringen Sie zu mir. Sie liegt uns sehr am Herzen. Der Agency, wo mehr... Was? Sind Sie sicher? Es ist kein Forster der Krebs? Sie sind jetzt im Haus. Ihre Verkleidung dürfte bei den Anwesenwachen allerdings Verdacht erregen. Besorgen Sie sich also eine neue Verkleidung oder bleiben Sie unentdeckt. Im Laufe des Spiels finden Sie Beweise. Entfernen Sie diese, um Wertungspunkte und Instinkt zu erhalten. Besorgen Sie sich eine Verkleidung. Wenn Sie durch diese Tür gehen, wird das Wertungssystem gestartet, das Ihre Spielweise überwacht und Ihre Fortschritte geliefert. Sie sehen es links oben. Natürlich bleibt es wie immer Ihnen überlassen, wie Sie Ihren Auftrag erledigen. Viel Glück. Sie sehen, dass Sie sich in Deckung, um nicht getroffen zu werden. Oder verstecken Sie sich. Gehen Sie in Deckung, um nicht getroffen zu werden. Gehen Sie in Deckung, um nicht getroffen zu werden. Oder verstecken Sie sich. Gehen Sie in Deckung, um nicht getroffen zu werden. Gehen Sie in Deckung, um nicht getroffen zu werden. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Agency, den Codex, alles wofür wir stehen. Sie ist zu gefährlich, um sie am Leben zu lassen. Denken Sie daran. Laufen macht Krach und erleichtert es Ihren Gegnern, sie zu orten. Agent 47 kann seine Gegner schnell und präzise ausschalten. Wie Sie sehen, haben Sie durch die Konzentration auf Ihre Gegner rasch Instinkt aufgebaut. Drehen Sie die Kamera, um den Gegner anzuvisieren und arretieren Sie dann den Schuss. Schuss arretiert. Ziehen Sie auf den Kopf oder drücken Sie mehrmals ab und... Schuss arretiert. Ziehen Sie, die Kamera. Schuss arretiert. Ziehen Sie, die Kamera. Sie haben die Kamera. Vielen Dank.